Was ist sonst, was lautet? Huch, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass im Kloster der Jägerinnen bewachen. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Tages sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Notgolene aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Driesdranfiel uns alle verschwingt. Naja, ein böser Schatten. Willkommen in unserer kraniosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem Angestammten zu Hause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Tja. Gut, dann gehen wir mal da. Akara. Ach, guck mal, da ist sie. Ich glaube, wie wird sie? Jo. Seid gegrüßt. Ah, sag ich doch. Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fokus geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich lege euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen und wir werden euch ewige Treue schwören. Das ist ein guter Pro. Das ist ein mächtig Graub des Bösen. Kundschafter von Kasihas Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhling der Nähe geschickt wird es Schatten und Schwerken von jenseits des Grabes Hauses. Ich fürchte diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff an unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möchte, das große Auge über euch machen! Jupp, das große Auge wird nicht. ha aber auch mit der Zeit in die Veröhnung doch heute so wichtig denn die Kassionswolle und ein Stadtportal suchen sie die Höhle in der Wildnis außerhalb der Jäger Lager